Wir lassen erstmal die Ostparade durch. Wir waren jetzt gerade auf der Sommerrodelbahn. Wir sind auch zwei Mal runtergefahren. Ganz witzig. Ich sag mal so. Man muss es mal gemacht haben. Sie war jetzt nicht gerade... Ich sag mal, sehr anspruchsvoll. Die beiden klären sehr gut. Ihr seht ja hier in der Gegend, wo wollen die hier fette Berge hernehmen. Also wie gesagt, so großartig Berge haben sie nicht. Das war wohl ein Höhenunterschied von... Also oben stand ein Schild, 25 Meter. Im Internet stand glaube ich 30. Ja, wo war ich stehen geblieben? Keine Ahnung. Ich glaube bei der Höhe von der Bahn. Also die Länge unten war nur irgendwas um die 700 Meter. Kannste jetzt nichts Spektakuläres erwarten. Es war... ja, es war okay. Man hat's mal gemacht. Aber dass ich da jetzt den ganzen Tag hoch und runterfahren würde... Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke, ich bin schon mal lang gefahren. Wunderbar bin ich die Strecke schon mal lang gefahren. Ich muss hier mal kurz Luft reinlassen. Wenn jetzt das Stück Straße kommt, wo in der Mitte eigentlich miserabel ist und man nur so wirklich am Rand lang fahren kann. Genau. Hier war ich schon mal. Oh, dann kommt glaube ich auch noch das Stück, wo wir durch den Wald fahren mit den riesigen Schlaglöchern. Was jetzt nicht so geil ist. Ich glaube, da halte ich dann lieber vorher nochmal und schaue dann mich auch Bescheid. Und ich dachte, der da langbar läuft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dresden Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, so 70 Kilometer. Ja. Nee, nicht wirklich. Aber 70 Kilometer, da kriegt man schon irgendwo eine. Also bis zum nächsten Mal sind es noch 20, ich glaube, da hat sie eine. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Wir werden sehen. Warte mal, wir lassen erst mal die Ostparade durch. Ja, die coolen Campingkernen. Da habe ich mir Dachzelt. Ich glaube, hinten die 500er Pappe, da passt wahrscheinlich ganz drauf, weil das Dach zu rund ist. Ich weiß es nicht. Aber schon cool. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß es nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017